Hallo Leute, willkommen bei Tag 3 unseres Roadtrips. Wir fahren jetzt zum E-Motte und da zeigen wir euch die wunderschöne Höhle. Es ist auf jeden Fall ein Kindersbuch der Rekorde als farbentrohste Höhle, die wir tragen, weltweit auf jeden Fall. Also wir zeigen euch auf jeden Fall das schöne Spektakel dort. Bis gleich. So sehen Straßen aus, wenn sie noch nicht fertig sind. Denk doch mit dem Denkdruck. Also Leute, Empfehlung, nicht nach Erfurt. Wenn ihr von Erfurt wegfahren wollt, kontinuierlich noch mehr nach außen. Wir haben eine Kugel. Astron ist eh höchst. Fernsehen. Puh. Hallo. 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 Hier sind der Moment ein Zahn. Papa, 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 Papa Und auch die Bergmänner selber verstecken sich ab und an. Wir unten zum Beispiel sind zwar ja noch fleißig bei der Arbeit, das hab ich wohl vergessen. Also mich erschrecken ab und an, wir liefern uns auch hier fleißige Bergmänner. Die erste Reihe. Sie war sauerend. Ich bin, ich bin. Sie hat eine Läge aus dem Sch-, sie hat es auch noch nicht vertreiben. Ich bin, ich bin. Ich bin keine Klärung. Ich bin mit dir. Du sie ist nicht. Du siehst du siehst. Ich bin nur noch nie. Das war's für heute. Das ist doch nicht. ist alles nass, ist alles nass. Die Bergläute haben hier sogar... Die Bergläute haben hier. 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 Also wie man hier sehen kann, ist hier alles sausaugend. Bei so einer Höhe. Bei so einem Echo. Kommt mal hier schlecht durch. Das Wasser. Du weißt nicht, aber... Mach mal ein Foto von der Höhe. Mach mal ein Foto von diesem Gang. Sieh wie eng der ist. Das Glas. Das Glas. Das Wasser. Scheiße, wir sind keine Bergleute. Ja. Und. Hier ist der Not raus. Ist der Not raus? Das Ganze muss aufrein sitzen. Wie lang ist das eigentlich? 100 Tonnen. Naja, aber es fühlt sich so lang an. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Die Kamera ist schon rot. Wie weit ist der nächste Halt eigentlich von der Ringdraut? Wie lang ist der nächste Halt von der Ringdraut entfernt? Um, irgendwann. 5 Stunden lang. Das ist krass. Da würde ich echt Platzangst bekommen. Da würde ich echt Platzangst bekommen. Ja. 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 Da würde ich viel näher anstehen. Ja. Das ist wie ohne so. Ja. 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 Ja.